Hallo und herzlich Willkommen zum letzten Tag des Minecraft Ferien, nein warte, des Minecraft Bedwurst Ferienprogramms, warte, Minecraft Bedwurst Ferienprogramm, doch, ist richtig, oh mein Gott, ich bin gerade so ein bisschen verpeilt, wir sind in Team Grün und geben jetzt hoffentlich volle Leistung, nicht so wie gerade bei der Begrüßung, ähm, ja, wir erwarten mal, dass hier unsere Kollegen, na gut, wenn nur einer da drin steht, können wir mal dazugehen, äh, sich ein bisschen, gut, jetzt haben wir es für uns, ähm, voll snacken, aber da die schon alle rausgegangen sind, ist das ja alles ganz gechillt hier, so, dann würde ich sagen, müssen wir uns beeilen, dass wir in die Mitte kommen und dann schnell mal ein paar Teams snacken, das ist auf jeden Fall stark, dass hier irgendwie Löcher im Weg sind, kann man mal machen, so, rüber bauen, ist wichtig, 3, 2, 1, Ablösung, da hätten wir neben genug Blöcke, bin ich mir jetzt nicht sicher, so, die reichen für uns aber erstmal, denn ich möchte ja nur versuchen, ein Team zu snacken, jetzt bräuchte ich jetzt halt nicht 2 Milliarden Blöcke, warum der hier in Schopenhuren draus macht, das frage ich mich auch noch, ich hasse Schopenhuren, also kommt hin und Treppe hin, Hi, Team Held, bitte, ich bitte dich, so, 5 fällt stark, der Gelbe geht schon mal zu uns, Na, du Blauer, du gehst runter, du gehst runter, du gehst runter, na, ok, ich bin mit unten, aber, ich bin, wenn ich jetzt, ist der weg, Tschüss, so, haben wir das auch schon mal geklärt, muss ich gerade mal was trinken, ja, ich habe schon getränkt, ich habe viel Eiswürfeln gemacht, mir war nämlich gerade ziemlich warm, aber egal, darum geht es jetzt ja nicht, Ja, also manchmal, wenn man hier so aufnimmt, da kommt man schon mal ein bisschen ins Schwitzen, aber im Regelfall liegt das nicht daran, weil die Runde so spannend ist, sondern, wenn man sich über irgendeine Person aufregt, die so teilen Bockmitz, Bockmitz, ja, Bockmist baut, das gerade könnte ich mich über mich selbst aufregen, aber das hilft nicht viel, Hi, du Gelber, du willst hier durch, ja, komm, ich bei den Weg mal frei, Pff, das hat ja super funktioniert, meine Frau, und das hat super funktioniert, aber du, was, er hat kein Knockback bekommen, irgendwie, muss ich auch mal sagen, also, ich meine, der wäre eindeutig unten gewesen, so von dem Hit von der Seite, kann man ja nicht überliegen, hätte ich fast gesagt, ein bisschen gelb wurde da gerade mal ausgenockt, wir haben auch schon mittlerweile genug Gold für einen Bogen, aber, ah, das war dumm, die brauche ich noch, so, aber, das ist jetzt ja nicht so notwendig, wo kann ich dir helfen, hier, guck mal, guck mal, hallo, bitte, do it, bam, perfekt, alter, perfekt, Bashti, lob an dich, kaum ein Team haben wir noch, die gute der Zeit, jetzt noch Team Rot snacken können, dann haben wir es, dann haben wir es gepackt, so, 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 das Gold lassen wir mal hier, mal hier, schönen Übergang, so, Rot, habt ihr Bögen? noch nicht? Gott, nein, aber er hat einen Rückschlussstock, achso, jetzt werden auf einmal alle hellwach, ne, ja, gut, haben wir das Gold noch? Jo, gut, dann equippen wir uns jetzt mal, dann gehen wir jetzt mal taktisch daran, und nicht irgendwie, wir rennen drauf, und versuchen sie wegzurammen, wie so ein, CE, der den Hörschuber fährt, das ist der Vergleich, ne, weil wir auch so schnell sind, und, weil wir sind einfach überfahren, naja, teilweise bereut man schon die Gegner ganz schön, aber ist auch irgendwie lustig, also für mich, für den Gegner nicht, ne, gebe ich offen zu, so, Spitzsacke brauchen wir auf jeden Fall, Löcke auch, aber, wir haben hier gerade ein bisschen wenig Bronze gehabt, müssen wir noch ein bisschen warten, na, unser Team jetzt ist auch schon mit dem Bogen in der Mitte, ich dachte, ich kann ihm nochmal helfen, aber ich treffe nicht, oh, da den gekillten wurde, danach runtergehauen, ach, das war gar nicht unser Team, das war ein Blauer, hm, war gut, ha, kann man schon mal verwechseln, in blau und grün, auf die Distanz, komm, habt ihr erkannt, dass es ein Blauer ist, glaube ich eher mal nicht, ach, genau, eine Lederrüstung, das wäre auch ganz gut, wenn jetzt hier einer gerade durchrennen, und unser Bett abbauen würde, weil ich Flammkuchen backen, Team jetzt geht zurück, den roten Händen treffen wir, nicht, gut, gut, dass es so gut funktioniert hat, ähm, was, na, hi, ich muss dich leider mal wegspacken, finde ich, dass du mich mit deinem Rückschlussstock runterhaust, so, wir haben aber auch immer noch diesen einen Blauen da hinten, aber egal, haben die roten jetzt mittlerweile einer von den Bogen, ich hoffe aber nicht, hä, bemerkt die mich nicht, na gut, dann, sie bemerken mich doch, und sie haben doch einen Bogen, hä, ist ihnen aber auch draufgefallen, dass sie mal auf mich schießen sollten, ich gehe dann mal wieder, hallo, Kollege, was bausten du da, Achtung, uh, ich treffe gar nichts, wenn ich schieße einfach als weiter, oh, so, jetzt, Achtung, da oben, kommt gleich einer rüber hier, der, aber im Eisenschein interessiert mich eigentlich, weil der ist gut equipped, der Rest ist so'n, so'n Haufen, naja, kann man mal töten, so als Nebensache, fällt ja mal runter, oder, du, da kannst mal weggehen, oh, da hat noch einen Bogen da hinten, wir müssen hier mit dem Bogen weg snipen, auf jeden Fall, unser Team jetzt machen das hier gerade richtig gut, wir gehen alle richtig gut drauf, oh, 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 ich sollte mich hier mal absichern, stehe einfach so, gut, kann man mal machen, ne, ich meine, bis jetzt hat's ja noch funktioniert, ich dachte, der läuft weiter, komm, Alter, jetzt läuft der natürlich, ne, Kollegen, ihr wisst, dass da eine Rote bei euch ist, oder, hab ich den Händen runtergeschossen, ne, schade, gut, wir sind hier vorne voll in den Angriffsmodus, aber wir kommen nicht vorwärts, ist jetzt nicht so toll, was sind denn die Bogen schützen auf einmal alle hin, da ist auf jeden Fall einer, der muss mal weg, das ist mal klar, jetzt sind Grüne von uns da reingerannt, ja, warum geht unser Team mit jetzt nicht hinterher, jetzt, 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 jetzt müssen wir, jetzt müssen wir, jetzt müssen wir, Perfekt, hi, Kommentare, lasst eine Bewertung da, wenn euch diese Serie gefallen hat, beziehungsweise diese Folge, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video, mit dem normalen Plan wieder, wie er vor dem Programm auch war, ciao.